Matthias Sembach, wie kommentiert ihr den Gang, den ihr gestellt habt? Gibt es wenig Schuhe auf den Augen? Ja, ich habe versucht. Ich habe immer gespürt, dass es zum Beispiel der Kurz gehen sollte. Aber im Kopf habe ich es nicht gleich gemacht. Seit der Verletzung habe ich eigentlich Mühe mit dem Schwung. Ich bringe ihn nicht mehr so her wie vor der Verletzung. Ich habe immer gedacht, es könnte, es könnte. Auch bei dem Eidgenössischen. Aber ich habe es jetzt nicht fertiggebracht. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es ein super Gegner ist. Ich habe jetzt den Drittmann nacheinander gestellt. Es wollte jetzt einfach nicht sein.